Hallo liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Alpenblick Community. Mein Name ist Bichler Jürgen, ich bin Küchenchef und Juniorpartner hier im Alpenblick und zusätzlich für die Lehrlingsausbildung zuständig. Und genau aus diesem Grunde melde ich mich heute bei euch. Wir verstärken wieder ab Sommer unser Team und genau aus diesem Grunde sind wir auf der Suche nach motivierten Lehrlingen für die Küche. Wenn du Lust hast, deine Ausbildung zum Koch oder zur Köchin bei uns zu machen, erwarten dich in den drei Jahren moderne Geräte. Eine Küche von Mühviertler Schmanker bis zu internationalen Highlights. Zusätzlich haben wir noch unsere eigene Patisserie, wo du verschiedensten Mehlspeisen und Desserts kennenlernst. Zu jeder guten Küche gehört auch ein professioneller Service. Deswegen bieten wir auch die Möglichkeit einer dreijährigen Ausbildung zum Restaurantfachmann, Fachfrau. Wenn du Lust hast, kreativ und selbstständig zu arbeiten, dabei mit einem jungen, motivierten Team deine Ausbildungsmappe zu vervollständigen, würden wir uns freuen auf eine Bewerbung von dir. Genauere Infos findest du oben in dem Link. Ein zusätzlicher Pluspunkt unseres Hauses ist, dass wir in Seminarhotels sind. Dadurch haben wir es meistens sonntags und feiertags frei. Ich würde mich über eine aussagekräftige Bewerbung von euch freuen unter info.at. hotelalpenblick.at